Ich soll über Recruiting sprechen, hat Peter gesagt. Weites Feld, würde Fontane sagen. Das ist alles so toll, was es über das Recruiting zu erzählen gibt. Und dann habe ich völlig den Faden verloren. Und habe gedacht, scheiße, worüber wolltest du nochmal sprechen? Recruiting, ja, aber da war doch irgendwas. Da war, erzählst mir mal, Recruiting. Was gibt es da so für Begriffe? Talent Management fällt da immer. Was gibt es noch? Employer Branding, aber das war es. Active Sourcing, aber das war es nicht. Also ich habe dann überlegt, das war das mit diesen Ressourcen. Ne, das war was mit Bewerbern, dieser Begriff fällt auch immer an Kandidaten. Ja, schon mal gehört den Begriff? Social Media, Human Relations und jetzt ganz neu, jetzt muss ich auch fragen, Jan Weilbacher, Human Resources Manager, hat aufgerufen zur Blogparade. Wem sagt etwas Blogparade? Wem sagt dieser Begriff etwas? Es ist ganz mau. Also da müsst ihr echt nochmal nachlegen. Am besten mal googeln nach, was hat HR verdammt nochmal mit der Digitalisierung zu tun? Gibt spannende Meinungen zu, Jan Weilbacher. Und dann hat jemand gesagt, ja und wir kontinental, wir nennen jetzt unsere Funktionen Human Resources, also HR nennen wir jetzt Human Relations. Also genau, das war Human Relations, darüber wollte ich sprechen. Nein, ich weiß es jetzt wieder, verdammt nochmal. Das war, ich wollte über den Menschen sprechen mit Ihnen. Um den Menschen geht es im Recruiting. Habe ich wieder ganz vergessen, bei dieser ganzen Digitalisierung.